Steffen, je länger wir warten, desto mehr träumen wir. Völlig reglos spielen wir ein Spiel in Gedanken. Von einem Tag in den nächsten fühlen wir uns die eigene Ohnmacht vor Augen. Wir verbrennen einfach alles und gehen weg. Irgendwohin. Ich habe das Gefühl, ich habe mir irgendwie ganz schön was vorgemacht die letzten Jahre. Was sagen wir den Leuten? Mit dir habe ich keine Angst. Warte, warte, jetzt! Liebe Freunde, Bekannte und Kollegen, vielleicht wundert ihr euch über diesen Videos, aber... Wir haben doch ein Luxusproblem. Wir müssen doch unser Leben auch mal hinterfragen können. Wir müssen doch mal Stopp sagen können. Ich sagte es mal denen, die gerade alles verloren haben. Wo plötzlich die ganze Existenzgrundlage weg ist. Die stehen vor dem Nichts. Na ihr seid doch die Schisser. Steffen. Manchmal denke ich, ihr wollt immer noch euren Schwiegereltern gefallen. Steffen. Wenn ihr mit eurem Ausstieg glücklich werdet, dann stellt ihr auch irgendwie mein Leben in Frage. Und wenn ihr scheitert, dann nehmt ihr mir auch die Hoffnung. Jetzt hätte ich beinahe von einer echten Revolution berichtet. Eine Revolution mit vollem Risiko. Denn die Einzigen, die davon wissen, sind wir. Bist du noch dabei? Bist du noch dabei? Bis zum nächsten Mal.